Jo Leute, Willkommen zurück zu Evolve Stage 2 Phase 2 im Arcade ist es glaube ich also das was früher unranked war da muss ich aber eben noch den hier stumm machen und weil die beiden gerade am russisch quatschen waren also zumindestens klang es wie russisch und ich hoffe mal dass die hier vernünftig zocken da aber kurz wir sehen habt wir spielen gegen den kraken und ja los auf geht's eventuell hätte ich mal als adrenalin machen sollen ich wollte gerade sagen weit weg drauf geschüssen warum bist du denn jetzt schon wieder gewundert so so erstmal alle wegbrennen da unten sehr schön sehr schön hi einmal das und zack zack oh ja das läuft gut das läuft sogar sehr gut nicht so aggressiv bitte nicht so aggressiv und nicht so hoch zack 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 und zack jawoll ja ja ich bin doch dabei sehr schön ok so shit und komm schon fuck you ey shit mann weg hier so ein drecksvieh hallo ok der hat jetzt wirklich die runde dafür geopfert nur um mir einen rein zu drücken deine ernst ganz ruhig die runde gewinnt er sowieso nicht mehr also da dürften wir ihn jetzt schon nicht mehr finden weil wenn wir den jetzt nochmal finden dann dürfte der schon ziemlich harte probleme kriegen hi danke erledigt und gehen wir mal hinterher das war jetzt irgendwie total behindert ich meine ja die jägerleichen die geben super viel an punkten äh punkten moment öps falsche ganaten so das wird das wird phase 2 okay komm schon komm schon komm schon komm schon sehr schön den krieg ich nicht mehr den krieg ich nicht mehr auf gar keinen fall krieg ich den noch komm her nein markov nicht da hoch bitte nicht da hoch jawoll ok den krieg ich nicht hochgehalten ich muss mich auf die anderen konzentrieren sorry aber eigentlich mit hatte gehofft dass ich noch krieg aber es ging nicht mehr so jetzt aber stirb du schlampe der ist tot bleib mal stehen junge so ok wir haben zwei strikes und das monster hat auf stufe 2 schon fast kein leben mehr ja das ist gut das ist gut und wunderbar wo müssen wir hin ja hallo was machst du da ich glaube die runde kann also die runde kann er eigentlich nicht mehr gewinnen ja sehr schön du hast ein monster gefunden hast du ganz alleine gefunden und genau das ist auch gerade so ein bisschen das problem wir müssen mal dem markov hinterher kommen so wo ist der denn hin wo ist der denn hin der typ shit wieso rennen die direkt ins blitzgewitter seid ihr denn echt so bescheuert okay sehr schön okay wo müssen wir hin ist das sicher dass der da lang ist ich wollte gerade sagen der dürfte hier lang sein da ist er perfekt ja ok den haben wir denke ich wenn sie jetzt nicht zu übermütig werden dann haben wir den schild und heilung ok ja die sturmwarnung ist gut ok also er fokussiert sich echt auf mich und den support gerade was zwar irgendwo schon sinn macht weil wir zwei relativ starke defensive sind aber jetzt hat er verloren weil dadurch kommt der markov in ruhe genug der match stehlen so was ok verschwinden wir wunderbar hat doch funktioniert ja gut so wunderbar also das monster war echt gut das hat uns echt auf trapp gehalten napam granaten werfer und die heilungsgranaten das war super das war super awesome fast 15k geheilt oh 17k ich habe mich gerade verguckt ich hatte 14 gelesen geil wirklich geil schöne runde leute wenn es euch gefallen hat lasst einen like da würde mich auf jeden fall freuen und wir sehen uns das nächste mal wieder bei evo stage 2 phase 2 haut rein bis dahin ciao ciao